Asphalt, Kurven, Geschwindigkeit. Kein Wanken, kein Schaukeln, optimale Bodenhaftung. Die Original-Stoßdämpfer von Bielstein. Referenz in Technik und Qualität. Synonym für Höchstleistung in der Fahrwerktechnik. Bielstein ist Original-Ausrüster für die renommiertesten Automobilhersteller der Welt. Doch damit nicht genug. Original-Ersatz-Stoßdämpfer, Luftfedermodule, Hochleistungsdämpfer, Gewindefahrwerke, Motorsportdämpfer oder maßgeschneiderte Fahrwerkslösungen. Bielstein entwickelt den passenden Stoßdämpfer für jedes Fahrzeug in jeder Zielgruppe. Wenn neue Fahrzeuge auf den Markt kommen, beginnt die Arbeit der Fahrwerkspezialisten. Gesucht der perfekte Stoßdämpfer. Grundlage ist eine Analyse der Zielgruppe für das neue Fahrzeug. Sportlich, dynamisch oder komfortabel. Fahrtyp und Stil des Käufers sind entscheidend für die Produktqualitäten des Stoßdämpfers. Die Fahrzeugdaten werden aufgenommen und verarbeitet. Mit Hilfe von Computermodellen wird dann ein Original-Bielstein-Prototyp konstruiert. Startschuss für die Produktion des Prototypen. Dieser wird mit hochwertigen Werkstoffen und modernstem Know-how produziert. Und einem knallharten Testprogramm unterzogen. Die erste Härteprüfung, extremes Klima, Frost. Minus 40 Grad, der Dämpfer muss standhalten. Nächste Station, Hydropulser. Tausend Stöße pro Minute testen die Belastbarkeit des Dämpfers. Einzig die Realität fordert mehr. Bielstein will mehr als nur die Simulation. Bielstein will die Perfektion. Und testet seine Stoßdämpfer auch unter realen Bedingungen. Auf unwegsamen Strecken. Auf schnellen Strecken. Und auf der legendären Nordschleife, der echte Bielstein-Fahrversuch. Hier entscheiden Menschen über die perfekte Fahrwerktechnik und diskutieren, probieren aus, stellen um. Und das macht nur Bielstein. Wenn der Prototyp nicht hundertprozentig das Bielstein-Fahrgefühl erzeugt, werden die Merkmale des Stoßdämpfers verändert. Das Setting wird durch andere Federscheiben variiert. Die neuen Dämpfungskräfte des Stoßdämpfers werden an der VDA-Prüfmaschine erfasst. Und wieder getestet. So lange, bis das Ergebnis stimmt. Ob Hochleistungsdämpfer, Sport- und Gewindefahrwerke oder Ersatz- und Originalteile. Bielstein ist die Kompetenz in Hightech-Qualität und perfekt abgestimmtem Fahrverhalten. So entsteht das unverwechselbare Bielstein-Fahrgefühl. Technologie, Erfahrung und Qualität. Die Bielstein-Qualität entsteht durch die Eigenproduktion. Alle wesentlichen Einzelteile des Stempfers werden von den Fahrwerksspezialisten selbst angefertigt. Beispiel Kolbenstangen. Hauseigene Qualitätskontrolle inklusive. Die Federscheiben werden ebenfalls selbst hergestellt und dementsprechend kontrolliert. Das Produktionsvolumen 200 Scheiben pro Minute. Qualität made in Germany. In der Produktion von Hochleistungsdämpfern und Gewindefahrwerken werden die Kolbenstangen in Handarbeit bestückt. In der Original- und Ersatzteilproduktion werden solche Prozesse maschinell umgesetzt. Druck- und Zugstufe der fertig montierten Kolbenstange werden überprüft. Wenn Rohrkörper und Kolbenstange schließlich aufeinandertreffen, werden die fertigen Stoßdämpfer mit Öl und Gas befüllt. Anschließend erhalten sie ihre persönliche und charakteristische Bielsteinlackierung und werden für den Versand vorbereitet. Das derzeitige Produktionsprogramm umfasst 8.000 Artikelnummern für mehr als 20.000 verschiedene Fahrzeugtypen. Für das passende Fahrgefühl auf allen Wegen. Für das passende Fahrzeugtypen.